Bis dahin schaffe ich es nie. Wir mussten schon ziemlich viel einstecken. Ich habe mehrere Risse in den Keimstoffleitungen. Den Tank auf. Wir bluten aus wie ein angestochenes Schwein. Boah, das hört sich nicht gut an. Okay. Anschnallen und Ausrüstung verstauen. Wir werfen diesen Typen aus dem Senkrechtstarter. Wie bitte? Was? Ey, Moment. Ähm, ähm, der Supersoldat hat Einspruch. Ja, genau. Schmeißen wir den Supersoldaten einfach aus dem Flugzeug raus. Er überlebt es uns sowieso. Na, toll. Oh, yeah. Back to the hell, sag ich da nur. Na gut. Dann gutes Ankommen, Colonel Barclay. Alles klar, danke. Seien Sie vorsichtig. Bin ich doch immer. Okay. Es ist gut, dass Sie zu mir kommen, Alcatraz. Aber Sie müssen vorsichtig vorgehen. Lockhart hat seine Elite auf der Insel positioniert. Ich lotse Sie so gut ich kann. Aber meine Sicht ist, nun, sagen wir, ziemlich eingeschränkt. Na, toll. Die Zell. Die Zell. Na, super. Okay, erstmal Schalldämpfer aufschrauben. Und gut ist. Das reicht. Hallo, mein Freund. Warum habe ich dich nicht auf dem Radar gesehen? Komisch. Ach, das hat er gemeint. Seine Sicht ist eingeschränkt. Okay. Hier ist alles frei. Okay. Ah. Den Vorbeiflug gesehen? Ich dachte, die kommen und eröffnen das Feuer. Nein, zu beschädigt. Die Flammen nicht gesehen? Die dürfen froh sein, wenn sie noch fünf Minuten in der Luft sind. Geil drei und acht. Halten Sie Funkdisziplin. Ruhe und weiter. Genau. Halte Funkdisziplin. Warte mal, da war einer noch. Tatsächlich da hinter dem Stein. Und er kommt. Okay, aufladen. Kämpfer, Oberseid 1. Wie ist gestattet? Halten Sie aktiviert. Oberseid 1. Kämpfer. Alles gut. Nicht mehr lange, Freunde. Nicht mehr lange. Genießt noch die Stille. Für immer. Okay, die haben was gemerkt. Wie viele sind denn da noch? Am besten... Ich hole mir eine Aussicht von einem Leuchtturm. Läuft er dorthin? Tatsächlich. Egal. Los geht's. Oh-oh. Hier ist auch einer. Rechts oder links? Ich hab keine Ahnung. Da ist er. Hier auf! Meiner Boden! Meiner Boden! Hä? Da unten. Wo ist der andere? Wo ist denn der andere? Da ist einer. Und wo ist der andere? Ach, da hinten. Okay. Scharfschützengewehr. Keine schlechte Idee. Das war Nummer 1. Aber ich hätte einen Schalldämpfer aufschreiben sollen. Äh, aufschreiben. Aufschrauben. Okay. Komm schon. Wo ist deine Birne? Komm schon. Wo ist deine Birne? Ja, ist sie doch. Das war's. Okay. Sind hier sonst noch welche? Nein. Nichts. Gut. Alle schön sauber ausgeschalten. Das freut mich doch. Da ist Munition. Super. Nachladen. Aber ich denke, das waren noch nicht alle. Das wird doch nicht die Elite von... Lockhart gewesen sein. Oder? War das deine Elite, Lockhart? Sie war ja mehr als einfach. Das war doch nicht alles, was du hast, oder? Aha. Aha. Ich wusste es. Einer. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das war's. Fünf. Fünf Stück. Alle fünf markiert. Gut. Nein, da sind noch welche. Da war doch auch gerade... Ah, ja. Okay, jetzt noch schnell aufladen und los. In der Mitte und außen. Das sind insgesamt... Kampfe aktiviert. Sieben Stück. Okay. Machen wir die erst in der Mitte, leise, kalt. Und dann kommen die außen dran. So machen wir das. So machen wir das. Und mein erstes Opfer... ...ist hier. Bye-bye, mein Freund. Jörg. Kampfe aktiviert. Gut. Der ist tot. Keiner hat was gemerkt. Das ist gut. Lass mal aufladen. Doch, einer ist gelb. Einer geht nachschauen. Verdammt! Jetzt werden alle gelb! Kampfe aktiviert. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist der hin? Hä? Aha. Den da oben. Okay. Der nächste, der dran glauben muss, ist der, wo da oben ist. Die Energie reicht noch. Okay. Und los. Pssst. Du hast nichts gehört, mein Freund. Da draußen ist niemand. So. Das war Nummer zwei. Jetzt muss ich mich aber aufladen. Aufpassen, dass ich nicht gesehen werde. Ha. Die haben noch immer nichts gemerkt. Vollidioten. Aha. Einer kommt her. Oder auch nicht. Alle gucken sie in die Mitte. Das ist aber keine gute Idee. Hä? Wo ist der hin? Ach, der ist da hoch. Warum nur? Ja, ja. Sei unterwegs, mein Freund. Mir auch egal. Tampffeld aktiviert. Scheiße, Mann am Boden. Schnell, rennt zu ihm. Schaut nach ihm. Oh oh. Ich nehme das wörtlich. Schnell um die Ecke und... Aufladen. Tampffeld aktiviert. Okay, noch vier Stück. Mit denen sollte ich fertig werden. Hallo? Tampffeld aktiviert. Tampffeld aktiviert. Verschältige. Er ist gut. Ja. Und wer hat ihn umgebracht? Bestimmt nicht der Weihnachtsmann. Nämlich der Osterhase. Mit seinem bösen Schalldämpfer. Er kommt und holt dich. Bye bye. Tampffeld aktiviert. Da waren es nur noch zwei. Aufladen. Weiter geht's. Tampffeld aktiviert. Das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Das Level ist richtig geil. Sie haben keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung. Wo läuft er denn hin, sag mal. So weit von deinem Kumpel entfernt. Keine gute Idee. Erstmal wieder aufladen. Gut. So, jetzt schnappen wir uns den da oben. Jetzt sind sie auch noch zu zweit. Ach komm schon. Jungs. Fair ist das gerade nicht. Soll ich denn euch zu zweit umlegen? Dreh dich um, mein Freund. Alcatraz ist da. Und das war's. Gut. Oh yeah. Nochmal so ein riesiges Areal und bestimmt nochmal... Oh. Flankieren. Was ist das? Starfen. War ja klar. Kante greifen. Ja, dann gehen wir mal zu starfen, würde ich sagen. Und los. Gegner habe ich bis jetzt noch keine gesehen, aber... Ich glaube nicht, dass dieses Areal unbewacht ist. Kampf hat aktiviert. Das wird so ein richtiger, starfiger Part, sich der hier. Da tauchen sie plötzlich auf. Drei. Vier. Fünf. Fünf Stück. Kein Problem. Ich schaff das. Überlass das nur mir. Kampf hat aktiviert. Zocky schaukelt, das Kind. Okay, was ist Starfen? An allen vorbeischleichen wahrscheinlich, oder? Hm. Tatsächlich. Ach, ihr habt Glück, Jungs. Ihr bleibt am Leben. Ich will wissen, was Starfen ist. Hä? Ja, was soll das sein? Kampf hat aktiviert. Kann mir jetzt einer sagen, was das... Ah, Moment mal. Ah, ich kann durch das Fenster. Och, da steht einer. Oh. Okay, aufladen. Egal. Die Elite muss sich doch auch ausschalten. Besser ist besser. Zieh sicher aus. Scheiße. Mann am Boden. Oh mein Gott. Mann am Boden. Kommt, Freunde, wir spielen Katz und Maus. Ich bin die Katze und ihr seid die Mäuse. Noch ein Mann am Boden. Kampf hat aktiviert. Oh oh. Haben sie mich entdeckt? Sieht nicht so aus. Oh oh. Aufladen. Das ist das Auto. Okay. Aufladen. Okay. Okay. Ist da oben noch einer, oder was? Ach, die sind da drinnen. Ach, wie süß. Sie verstecken sich. Sie haben Angst. Das ist ein Scharfschützer. Zum Letzten. Hä? Da ist doch gar keiner mehr. Ach, der wird oben sein. Ja, da oben ist er. Dann statten wir den mal einen Besuch ab. Oh, guck mal, guck mal. Hopp. Nervös, oder was? Ah, oah. Gut, das war's. Alles schön sauber ausgeschalten. Okay, was muss ich jetzt machen hier? Erstmal ein E-Mail hier mitnehmen. Und. Oh, was ist das? Manovision aktiviert. Ja, ja. Ich trau dem Ganzen noch nicht so. Ach. Keiner da. Hallo, war das etwa die Elite von Lockhart? Die ist ja lächerlich gewesen. Alles schön sauber ausgeschalten. Mein Gott, war das einfach. Jetzt geht's bestimmt wieder gleich ab. Kampffeld aktiviert. Nein. Ich muss hier durch. Okay. Okay. Langsam. Hören Sie gut zu, Actress. Lockhart hat bei der nächsten Kontrollsperre eine EMP-Falle für Sie eingerichtet. Wenn Sie wie geplant losgehen, grillt Sie die Systeme der Nano-Hülle und Ihre Synapsen wahrscheinlich gleich mit. Wir können die Falle zwar nicht umgehen, aber wir können sie austricksen. Es gibt eine Nebenstation für die Energieversorgung des Prism am Ostufer. Ganz in Ihrer Nähe. Erreiche die Trafo-Station. Na, ganz toll. Er hat mir eine Falle gestellt. Hm, hier sind keine Wachen, nichts. Nö, alles sauber. Wo könnte diese Falle bloß sein? Hm. Ach, komm schon. Muss ich jetzt da rüberspringen, oder was? Okay. Hüpp! Äh, das war wohl nix. Auah! Mist. Okay, probieren wir es mit Anlauf. Wie sagt er mit... Wie sagt er mit Anlauf? Mensch. Nee, also irgendwie klappt das nicht. Ja, mach doch das Tarnfeld aus. Hier ist doch niemand. Ey, warum falle ich jetzt runter? Jetzt habe ich mir auch noch den Kopf gestoßen, oder was? Ah, ich könnte mich vielleicht hier oben festhalten. Naja, macht er natürlich nicht, wie immer. Wie komme ich da jetzt rüber? Hm. Hm. Ah. Nein. Nee, absolut nicht. Also versuchen wir es nochmal mit Anlauf. Äh, ja. Danke, Tonne. Okay, ich habe keine Ahnung, wie oder wo es lang geht. Das ist echt traurig. Vielleicht geht es hier gar nicht lang. Doch. Es muss irgendwie da lang gehen, aber... Hm. Nur wie. Ah, geht doch. Habe ich es doch noch geschafft. Okay. Ab zur Trafo-Station.